Bevor es jetzt losgeht, ab jetzt habe ich einen neuen Partner, aowab.com, Link dazu in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr Rocket League Items und auch Keys kaufen und verkaufen. Und mit dem Gutscheincode AnyArt bekommt ihr sogar noch 3% Rabatt auf jeden Einkauf. Und jetzt viel Spaß. Jo Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Rocket League. Gehst du wieder raus da? Da kannst du gar nicht erwarten, weil wir Rumble spielen. Nein, nein, macht einfach. Wir wählen unsere Teams und auch mal in 3, 2, 1, jetzt. Rumble! Bei einem ist es ja immer noch egal. Das ist immer noch random. Ich finde es schön, wie excited du bist. Ich hoffe, ich greife das auch noch. Rumble! Ich bin immer excited, ja. Rumble kann dann doch nicht. Ich bin so excited! Komm, mit Sekunden noch erstes Tor. Komm, 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 los. Wir spielen echt zusammen. Hallo, wir müssen noch die Items abwarten. Ah, mit hier spielen wir zusammen, okay. Ja, super. Jetzt warten wir noch kurz. Das ist okay. Aha! Jetzt geht's los, okay. Aua! Nee, nee, nee. Da hat man sich die ganze Zeit noch so ein Item gewartet. Nö, nö. Ich habe mein zweites Item schon eingesetzt. Oh nein. Ja, geiles Ding. Oh, was fliege ich denn so komisch? Das war... Nein, ja, den Fehler. Nee, das war voll strange. Ja, nimm den mit. Oh, wer dribbelt. Oh Gott. Oh Gott. Macht er aber lange, lange noch nicht rein. Da hat er zerstört. Oh mein Gott. Komm, lass mich doch den Ball. Da werden Spiele nicht immer greifen. Den hab ich gehabt. Nö. Komm hier ab. Ohohoho, aua. Da kam der Fuß. Ich hab zwei Sachen. Ich hab zwei Sachen machen. Wir müssen gar nicht wegtreten und den Ball treffen. Eins ist mir gelaufen. Außer du hast dir grad mein Item eingesetzt. Ich weiß gar nicht, was es war. Hm. Hörst du ihn weg? Lass das mal heben. So, mal kurz so nach hinten weg. Oh. Aber ich bin tot. Das war ein Versehen. Ja, natürlich. Ist so. Och nö. Toll. Okay, Flieger. Nicht da hoch. Ich pass die da so lacht. So iiii. Ja, ja. Das ist ein schönes Zeug gewesen. Ja. Ach schade. Lol wieder. Hat dich da grad herschubsen wollen? Aber hat überhaupt nicht funktioniert. Lol. Oh, guck mal. Guck mal. Achtung dein Stachel. Ah shit. Janik. Hab den doch. Die Stachel sind nur Ablenkung. Jawoll. Richtig. So sieht's aus. Hallo. Da du der Igel. Das ist dein Wrestler Name für Igel. Wie gibt's die so rein das heißt? Igel bedeutet doch Adler. Ja, war doch nicht auf deutsch. Scheiße. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Der Igel. Ja, aber er meint SE. Nee. Auf jeden Fall. Sehr Igel. Kennst du den? Oh Gott. Ja. Bad. Scheiße. Oh Gott. It's tricky. Tricky, tricky, tricky. Mhm. Döne. Loll. Danke. Was war das? Das ist einfach so. Guter Schuss. Ich habe die Tasse Rumble. Wie gewarnt. Ja. Zack. Als ob. Und Basti dreht sich an mich rein. Explodiert einfach. Ach schön. Ja. Ja so macht man das. Habt ihr aufgepasst? Nein. Gott ich hab aufgepasst. Jetzt machen wir es genauso. So macht Siegel das. Oh man. Ach was. Kommt ein guter Ball. Ja. Wow. Here I am. Ja. Wow. Oh nein. Mist. Ich hab jetzt mit dem getauscht ins Tor geflogen. Ist toll. War nicht so cool. Ja ja. Ja super. Tausch ich nochmal. Okay. Ah. Schade. Ich wurde gerannt. Nee nee lass mal. Pass auf. Der ist noch heiß. Der ist noch. What the fuck. Nee nee. Richtig heiß. Lass mal. Doch bin ich da. Ja 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 ja. Nein. Sehr gut. Los. Janik. Zack. Snack. Das ist so lächerlich einfach. Keine Ahnung. Sobald Items dabei sind. Kann ich das. Das ist dann wie Mario Kart. Jetzt muss mit Skill. Da bist du gut. Hier. Zack. Sicher. Mh. 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 Genau wie Dom überfordert ist. Ja ja. Ich bin überfordert. Nix. Nix kann er. Komm. Komm. Oh. Nein. Basti. Ich den den Boost mal ne. doch von uns beiden ziemlich fail eigentlich. Ah sorry. Ja. Ok. Ey. Jawoll. Nein. Ja. Ja. Basti. Ja keine Ahnung. Was war das denn? Ja Dick. Der war genäht und hat den Ball nicht stark angezogen. Hast du geholt? Hast du geholt? Hast du die da auch noch so? Ja. Geil ey ey. Du legst den Ball auch noch auf die Motorhaube oder was? Den hat man gar nicht berührt. Den hat man mit denen mehr genäht, dass du ihn an ihn rangezogen. Das kann ich ja in der Situation nicht wissen, dass das so ungünstig ist, dass ich das Item einsetze. Ja. Da geht noch was Dom. Ja geht auch noch. Ja aber keine Tore. Alles super. Oh. Ok. Oh. Ahhhh. Jetzt, jetzt, jetzt. Hau ihn vor. Ja, ja. Was hat der noch für ein Item? Hat der noch ein Item? Der hat kein. Nix an der. Schön. Halt doch nicht einmal stacheln heute. Was ist da los? So, Freunde. Zur Ablenkung. Alter. Der ist weg. Oh Gott. Warte ich spiel nochmal kurz. Ich hab nämlich dieses dumme Ding da. Dieses da ja. Oh oh. Wow. Oh man. Der war auch fast reingegangen. Ist da fast der Janne schon? Also Janne. Wuhu. Nimm mich rein. Wuhu. Wie war das mit keinem Stacheln? In der Sekunde, wo du das sagen kannst, hast du die nicht bekommen. Weißt du, ihr beide habt es zweimal schon gehabt jetzt. Ich hab auch Stacheln gehabt. Aber ich wollte halt warten, bis sie dann bleibt. Ja, wüsste. Wenn ihr auch Stacheln habt, bis sie dann bleibt. Ich hab sie noch nicht gehabt, ja. Ja. Ich hab sie jetzt gerade gehabt, aber kann nicht. Ja. Basti. Basti. Unvorteilhaft hier alles. Tut ab. Ne. Lass mal. Komm. Wow. Jetzt. Oh Gott. Basti. Basti. Ich hab keine Ruhe. Ja, warum machst du Stacheln im Ruhe? Ja, und er steht mit seinen Stacheln da unten drunter und wartet. Oh Gott. Ich hab die eingesetzt, bevor das Eis kam. Schade. Ähm. Er hat Stacheln. Wie lame. Ja. Mit Stacheln kann das ja jeder. Stacheln schafft auch. Ich musste nicht da gerade weg haben, Basti. Ich konnte aber nichts sagen. Aber ich musste nicht da weg haben. Jetzt sollte jeder einmal Stacheln. Basti sogar zweimal, glaube ich. Ja. Ja. Naja, immerhin ey. Immerhin Stacheln. Fahr du trotzdem. Obwohl du weiter hinten bist. Weil wir kriegen noch ein Item vorher. Trimmt ja. Oh. Oh. Wie alt. Die Stachelbrothers da drauf fahren. Ja, ja. Die Stachelbrothers. Dann machen wir in 3, 2, 1 jetzt. So da du jetzt aber hier. Mit Items können die da drüben nichts. Genau. Lieber mit hier. Mit Basti gespielt. Nein Quatsch. Wir machen das jetzt hier. Was auch. Oh ne. Doch. Sehr gut. Schon mal ein guter Anfang. Schön. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Nice Dom. Ja. Ja. Nein. Mein Auto ist weg. Ich darf nicht fahren. Es hing unter dem Auto. Das war ein bisschen doof. Das war ein bisschen doof jetzt. Nein. Das ist natürlich Anlag. Okay. Nur den Boost. Oh shit. Ja ne. Das war schon. Mit Boost ey. Mit Stachel. Der ist schwach. Nein. Oh Gott. Lässt du mir den Ball? Dalu? Ja. Wow. Oh Gott. Du hast es aber auch so versaut. Lol. Ja. Weil ich dachte, dass Basti auch da irgendwas hat gerade. Ich wollte das schnell nochmal. Okay. Alles gut. Oh Gott. Ich bin viel zu schnell. Machs Problem. Ich sehs. Jaaaa. Ah, dann kriegt der den wirklich. Der war nice gespielt. Da muss ich mich extra weiter hinten positionieren. Der richtige Winkel. Alter. So rangezogen sogar. Das war echt nice. Ich dachte, ich war echt fair, dass der Ball unter meinem Auto hängt. Bei mir auch so ein bisschen. Dankeschön. Gerne. Ähm. Oh Gott. So was hat er. Nix hat er. Oh. Oh. Nein. Ich dachte immer, ich zieh mich da ran an den Pömpel. Oder ist das das andere? Nein. Du ziehst den Ball ran. Ja. Aber es ist damit hätte er vielleicht geholfen. Ja. Ein Eigentor. Rumble ist ja nicht so meins, Leute. Ist ja nicht so meins. Ah, der Ball ist aber meiner. Und doch nicht. Doch. Okay, sorry. Jetzt hat er. Wo bist du? Oder ich? Ja. Okay. Nein. Ich hatte Magnet. Oh, der Ball fliegt. Oh, der Ball fliegt. Oh, der Ball fliegt. Oh, der Ball fliegt. Ja, warte. Ich hoffe, der landet genau so, wie ich das. Ach, schade. Ja, aber lass mal kurz. Keine Ahnung. Da ist das Kanzi. Da war's. Da war's. Lol, ich bin zerstört, lol. Ich konnte nichts machen, weil ich so schüttel war. Nein! Der war drin. Oh nein. Falsche Richtung, aber ich nehme immer wieder mit. Ja, ich weiß doch. Oh, komm, schnell. Das hätte funktionieren können. Das hätte so... Ey. Doch, nee. Wir pömpeln da schon wieder. Ja, weg. Ich war eh schon an der Wand. Wir dribbeln hier zusammen. Nein, Moment, den kriege ich nicht. Komm, komm, komm. Geh weg, Dalu. Ich komme nicht dran. Meinte? Ja, ne! Ja, jetzt war drauf! Ja! Nein! 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 Jetzt! Bist du mit dem... Ja! Ja, ne! Kann er nicht, kann er nicht. Ich habe den Magneten noch, deswegen ist es schwierig, den Ball dann zu schießen. Lass das nochmal schießen. Nein! Nein! Ja, ja, ja! Nein! Kann er nicht mehr hintern. Das geht hier ab. Jawoll! Hast du nochmal... Oh Gott! Was? Ey, ich wollte den Booster nur kurz sammeln. Oh nein! Warum? Alter, warum ist der nicht so schön? Ey. Oh Gott! Aua! Wow! Ja! Lass den Ball doch! Was die spielt jetzt? Ja, wusste ich halt nicht. Ne, ist alles cool. Soll es funktioniert, beschwer mich ja gar nicht. Och, du Arsch! Du Arsch! Was ist denn das? Ja! Das hat... Das hat top funktioniert. Aber ich muss den da nochmal spielen, weil... Das war recht, wie du den zurückziehst. Siehst! Und dann hat er natürlich nochmal... Ah, wie das... Das war ein gutes Timing nochmal. Oh Mann, ey. Janik immer fast krass. Das liegt ja echt mit den Einten. Ich weiß! Oho! Janik! Oh Gott! Janik! Janik, nein! Ich muss ihn ja irgendwie spielen. So, ich hab's nicht geschafft. Ich dachte, ich guck mir das mal an. Hätt ich ihn, glaub ich, auch noch bekommen. Von daher dann... Ich glaube schon. Ich will's nochmal angucken. Da warst du noch dran. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, ich war grad im Rückwärtssalter da. Janik, nein! Komm, wir waren die da jetzt wohl noch fertig. Ja, Quatsch! Ja, klar. Oh nein, nicht so. Glücksbär, hieß er. Oh, sorry. Wir müssen halt jetzt normale Tore schießen. Oh nein! Keine normale Tore schießen. Einer ist tot von denen. Super. Hä? Ich bin auch tot, glaub ich. Was ist passiert? Nein! Bin ich! Ich hab nichts gesehen! Moment. Das ist keine Absicht. Hier für dich? Das tut mir fast schon leid. Ich kann halt nicht schießen. Ich hab'n Tornado. Ach Quatsch, das geht auch alles. Ey, das ist ein Witz. Leute, ich weiß nicht, wo ich bin. Welche ist unser Tor? Der Ball ist ganz weit oben. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja! Auf welcher Seite bin ich? Schönes Ding. Sehr, sehr geiles Ding. Boah! Ne, ist unfassbar. Tüß da, du! Au! Ey! Jawoll, jawoll! Ach komm, der wär schön gewesen. Okay, komm, lass den. Ja, geil! Machste noch einen. Komm, 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 komm! Ja! Nein, aber du! Nein! Leute, lasst das mal. Ne, ne. Das ist nicht so euer Spiel. Ja, ne! Ja! Ach, was? Das ist doch abgelehnt. Oh, nein. Warte, ich brauch nur ne gute Gelegenheit. Jo, natürlich. Ja! Natürlich! Ne, oh, ich noch kein Problem. Rumble ist echt nicht meins, ne? Rumble ist echt nicht meins, ey. Ich komm darauf immer nicht klar. Habit! Oh mein, hallo! Nice! Komm, wir machen das noch. Eite Tore! Ehhh. GG, noch ein Spiel. Aber leider nicht heute, liebe Freunde. Ja! Das war's mit Rumble, das war's mit Rocket League. Von daher, ich mag den Modus. Bist du etwa? Auch möglich. Lass einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.